Word, Schriftart ändern. Mein Name ist Pirmin Lenherr. Wenn ich drauf losschreibe in Word, dann schreibt Word irgend mit einer Schriftart. Bei mir ist es nun Arial Schriftgrösse 12. Ich kann das ändern, muss aber immer zuerst etwas markieren. Zum Beispiel ein Wort mit einem Doppelklick und dann hier die Schriftart eben ändern. Zum Beispiel auf Mistral und Word hat das sofort umgesetzt. Oder ich könnte auch hier aussen so nach unten streifen. Dann wird alles markiert und ich kann jetzt wiederum eine Schriftart wählen. Jetzt nehme ich hier Bauhaus und alles ist in Bauhaus. Oder mit Ctrl und den Buchstaben A alles markieren. Ctrl A und hier wieder eine Schriftart nehmen. Zum Beispiel Calibri und alles ist in Calibri. Oder wenn Sie mal irgendwie Text verbockt haben. Sie haben verschiedene Schriftarten. Wir haben Bauhaus, wir haben hier noch irgendetwas komisches. Wir haben hier noch etwas anderes. Also verschiedene Schriftarten. Dann können Sie auch alles markieren. Ctrl alles. Und hier oben den Format Radiergummi nehmen. Und alles wieder zurücksetzen auf die Standard Schriftart. Ich mache das nun. Klick hier drauf und es ist wieder wie am Anfang. Das war's. Das war's. Bis zum nächsten Mal.